jo 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 und jetzt gucken wir mal auf die karte und ich könnte eigentlich direkt meine stufe verschießen und ich werde auf magikers gehen so ist gut wie beim letzten sobald ich weiß was man letzten so habe ich denke kann könnte sein weiß ich diese talente zu verbessern werde ich mal später noch mal machen da bin ich mir noch nicht so ganz im klaren über was ich dann eigentlich machen will was jetzt nur wichtig ist ist dass ich mir auf die karte gucke was ich machen wollte und dass ich irgendwie dass das hier ein ziel sitze damit ich ein bisschen jetzt und fährt nicht schlecht und fackeln vielleicht auch nicht schlecht ist natürlich nicht so gut für die für die für die umgebung falls ich mich falls ich nicht auffällig sein will aber ist ja egal hier spackt aber teilweise schon ein bisschen die grafik rum naja aber muss man sich mit abfinden dafür sieht es einigermaßen komisch aus obwohl ich ein bisschen eigenartig finde wie krass schlimm der boden glänzt also ich meine für jeden kleinen effekt zu haben aber wenn man diese normalen maps so dermaßen overused dann weiß ich jetzt nicht ob es im original auch schon so krass dann war was schon so hübsch und was waren jetzt gerade für feinde bitte eigentlich auch ja wo ich merke natürlich nicht und sie klopft sich da wo ist nun eiswolf das feld sehr gut aber nicht danke lydia und ich muss jetzt hier irgendwie durch würde ich überhaupt gar keinen plan welchen lege ich eigentlich sinnvoll nehmen sollte aber ich kann ja einfach mal hier spaßes haben hoch kraxeln ist das wieder eisen was ist korundium nee das heißt nicht korundium es heißt korundum ich merke es muss einfach nicht gut also na gut ich bin ich bin so dumm und schiffsam noch gut egal 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 und jetzt gehen wir mal straight hier weiter fackel wieder an bitteschön also ich kann man die fackel auch als favoriten oder es geht doch ja so gut und fackeln sind grundsätzlich auf null kann man nicht okay ab 9 geht es offensichtlich nicht mehr also kommt die fackel auf die acht so sei es ich will hier irgendwie hoch geht das bitte aber wenn ich jetzt hier lang gehe dann ist doch wahrscheinlich schon wieder lydia voll am abnippeln gut das sei dann gehe ich mal irgendwie anders nach diese berge wenn ich doch nur einmal einfach den weg folgen könnte dem natürlich ich werde es nicht noch mal in so eine komische burg ansonsten komme ich heute einfach zu nichts das wäre nicht so gut also ich meine immerhin haben wir jetzt die paar sachen dadurch geschmögelt aber es wäre irgendwie ein bisschen besser wenn man da irgendwie auch mal ein bisschen sich am plan halten könnte und da vorne sieht man schon den umriss des icons für dämmer stern dämmer stern und da sind zieglein und äh da ist nicht lydia was nein ach verdammt ich bin so hin und her gerissen zwischen den ganzen sachen machen kann ja aber das davon sieht doch eigentlich aus wie ich glaube ich werde jetzt mal rein wissentlich nicht hingehen weil es irgendwie kann man nicht dass am ende dann irgendwie irgendwelche riesen hausen oder so sie zwar obwohl da hinten ist das camp welche szenar angeht dann sieht es hinten so aus wie keine ahnung kann man das schon sehen nee kann man natürlich nicht sehen aber sieht ein bisschen so aus als wenn da irgendwie keine ahnung ob das zeichen für so ein lager von riesen ist weiß ich gerade nicht genau tut mir leid gut also das ding da könnte ich alle höchstens erkunden das war nicht schlecht und ich hoffe mal dass lydia nicht wieder auf die blöde idee kommt alles anzugreifen komische und finde es und dann natürlich sofort spinnen sehr gut ja sehr gut kann jetzt bitte lydia wiederkommen ich bin total ich bin ultimativer marsch ja hätte mich weil wie lange verfolgen die mich denn ist sie das ne das ist 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 ne ziege alter Schwede ey pass mal auf jetzt fuck ey fuck ey fuckdoodle eh hier äh zaubertrank 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 alter Schwede sind da ultra stark die vier ich glaube mal dass ich die mit mit äh Frostgift nicht viel antun kann Lähmung hier vielleicht das bringt natürlich nichts doch 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 es bringt hä na ne das ist jetzt absolut überhaupt nicht viel äh fuck ey und ich muss jetzt brauche ich wieder Frostbissgift damit ich die Wölfe irgendwie herrichten kann ach da ist sie oh sehr gut da ist sie wieder glorreich kommt sie zurück und nimmt und klatscht sie und klatscht sie weg ach das war ein schöner Anblick ich hab mich in der Not gerettet so romantisch nicht ein bisschen stolz hast du wieder da bist Lydia hast du den Keks verdient lass mal speichern ne ach Gott gut das gehen wir nochmal auf die anderen hier los troffen mal dass es irgendwie klappt weil die sind irgendwie ich dann doch ganz schön schwierig ja aber Lydia die die ist schon die ist schon locker ach Gott ey mach schon guten Job Ausdauer ich hab das Problem ist auch einfach oh das ist gut das ist gut alter Lydia kannst das jetzt aber hier du hast mich immer stark enttäuscht dir gerade jetzt bin ich auch wirklich so ultramarsch würde ich sagen nein weißt du äh 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 weißt du weißt du Lydia weg dann äh dann bin ich voll am Ende aber gut sie ist ja präsent weil ich ja die ganze Scheiße natürlich wohlwissend gespeichert habe wie gesagt es passiert natürlich nichts ungeplant darf mich nur nicht äh ach okay die einzige Möglichkeit wie ich das ganze vernünftig hinter mich bringen kann ist mit dem Bogen ich muss da natürlich nur treffen einzige Problem ist natürlich Lydia ich warne dich so wo sind die fucking Viecher da vorne na genau da geht es natürlich nicht weiter ist ja klar ich vergesse einfach immer ein Stück weit drüber zu ziehen fuck off fuck off fuck off ah oh vorbei uuuh das würde mir jetzt aber richtig auf die Nerven gehen so sehr gut haben wir das geklärt vorleihenspinne und her mit mit deinen ingredienzchen und da vorne also beziehungsweise mit dein reagent komm her du Spinner hä Spinner funny okay na löse bis weiter drüber wieder ist ja immerhin 50.000 Yards weg oder ja keine Ahnung ob Yards wäre auch noch nicht hier äh ja eine richtige Entfernungsannahme ist komm ich hab so wenig Eisenpfeile die hätte ich gerne alle noch behalten Alter oh jetzt ein bisschen mit ein bisschen mit Gefühl Gefühl ist sie jetzt tot oder ist sie tot ich hoffs einfach ah ne ja hoffen hoffen ist nicht gut ah das ist auch nicht gut und und die backt erstmal schön den Boden so wie man sich das auch wünscht so ich würde den Kack jetzt hier nur finden und dann will ich mich so schnell wie möglich aus dem Staub machen aber volle Kanne so richtig mit voller Energie und kriech langsam vorwärts kann sein dass ich schon wieder überlastet bin ja ne warum kriech ich dann so krass bitte finde es ohne dass ich richtig krass massakriert werde hier mal kurz hinter so jetzt und jetzt ganz schnell weg botten Lydia ich habe was gesagt ich habe was gesagt ach das ist genau so dieses Prinzip ne man sagt was kommt sie? ja gut sie kommt ja ich erzähle schon mehr zu viel naja aber ähm es ist wirklich äh es ist es baut sich langsam eine Beziehung zwischen mir und Lydia auf ne Leute die das Spiel hier äh auch äh in alle in alle Ausführungen kennen die wissen worauf das hinausläuft und ich hoffe mal dass sie einverstanden ist aber das erzählen wir ihr noch nicht das ist ja mein teuflischer Plan Plan schön den Popschutz überfordern oh ne 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 Fräulein 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 Deus Fräulein Dunmar erstmal speichern ich hoffe mal dass es keiner von diesen Speicherständen ist die mich richtig krass in Kragen kosten und im Schleichen werde ich ganz langsam in alter Pferde Reiten Wende hoch Taktik hier Dunmar Reiten Wende runter oder Latschen Wende runter ähm man hier auf die Art und Weise welche fortschreiten und wir sind der Dämmerstern Ouh